So, auf den Neues. Wir spielen hier gerade die Chernobyl-Map. Es ist einfach mal der beste Trick, ne? Ah, okay. Die werden dann wohl leer sein, die Truden. Wenn hier 64 Leute mitspielen, ne? So, Abhauen ist angesagt. Ich hab schon mal ein paar Kartoffeln gebraten. Das ist sehr, 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 sehr gut. Jetzt hatte ich einen kleinen Sprachfehler. Okay, die Schutzzeit ist zu Ende. Ich könnte jetzt gegen den kämpfen, aber es wäre sehr schlecht. Und sehr dumm. Wenn er gegen mich kämpft, dann gibt's Beef, sag ich mal. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Nein, halt's im Maul! Hau ab, Alter! Hau du ab, du dummer Kerle! Oh, Alter! Nein! Digga, Digga, Digga. Ich weiß, dass man schnell erst mal rennt und springt. Digga, hau ab! Oh mein Gott, er kämpft gegen den anderen. Oh, Glück gehabt. Hoffentlich, hoffe ich jetzt mal. Was jetzt ist, außer er ist irgendwo rund gefallen. Okay, komm, komm her. Ich hab Feuer. Komm, komm. Jetzt kannst du kommen, Digga. Ich versteck mich hier einfach mal so. Was, jetzt kommt der gleiche an. Ich hab Feuer. Ha! Das ist fies, ne? Das ist fies. Ha, ha, ha. Oh, Mann. Ich bin so schlecht, ey. Oh. Feuer hilft mir halt auch nicht immer, ne? Na gut. Geh, bis zur nächsten Runde, ne? Yo, Leute! Was geht? Willkommen! Come trick, come trick, come trick. Und zwar... Das ist der beste Trick, Leute. Nehmt euch am Anfang die Truhen in den Boden. Die werden so selten einfach mal am Anfang durchsucht. Das ist der Trick, den ich im letzten Spiel... Ähm, na? Funden ab, quasi. Also, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber... Richtig cooler Trick. Mann, schon alles gesnackt hier. Wow. Fick. Na, bam, Alter! Ah, Mann! Ich krieg so einen Nulls! Ah! Okay, einatmen, ausatmen. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. So, back in business in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und let's go. Meins. Nein! Laber doch! Ma- Oh, Mann! Ausraste hier bei Survival Games. Mensch. Ich geh mal da am Rand. Also, ich weiß es wirklich... Ich bin gerade überlegen. Ist es wirklich das Beste, wenn man einen YouTuber-Rang hat? Weil... Ich weiß nicht. Ich sterbe die ganze Zeit und... Ich hab das Gefühl, die gehen alle immer auf mich. Hm. Also, ich weiß es ja nicht, ne? Ähm. Vielleicht bin ich einfach nur schlecht. Das könnte auch sein. Aber... Ich schreibe mir schon immer, bevor das Spiel losgeht, äh, so spammen immer, craft Michi und alles. Und dann schreiben sie, Michi, ich werd dich töten und alles. Was sind denn in den Kommentaren? Krieg ich schon immer Angst, ne? Also, ihr macht mir schon Angst draußen, ihr Mensch. Ihr, ihr... Psychopathen. Ich schmarrn. Darum geht's ja, ne? Um andere zu töten. Okay. Ein Holzschwert hab ich schon mal. Das ist ziemlich lame. Muss man schon sagen. Was macht eigentlich der Radar hier? Was? Hier? Zeigt auf den nächsten Spieler. Oh. Cool. Das ist cool. Ähm. Ja, dann geht's wieder runter hier. Aber schnell, man. Wir haben keine Zeit. So, hier ist nix. Was steht da? Infoport. Oder was? Ich hab' ein Holzschwert, also kommt alle zu mir. Ich werd' euch alle töten. True. Nope. So. Ach komm. Arsch mich doch. So. Ey. Radar funktioniert übrigens so auch. Fällt mir Radar auf. Ähm. Also wenn ich ihn nicht in der... Wenn ich ihn grad nicht anvisiert habe. Boah. Jetzt grad Walnüsse grade. Hier, ne? Während ich spiele. Woll ich nicht mehr so gesagt haben. Oh mein Gott. 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 Schatze. Oh Mann ey. Leck mich doch am Arsch. Zieht er mich? Komm Junge, wir sind ja nicht bei Heil und Sieg. Ich muss einfach rennen und hoffen, dass ich überlebe. Andere töten kann. Werden wir schon abgelenkt haben. Hoffe ich mal. Oh komm, komm, komm. Yes. So. Warte geht's. So. Gehen wir mal hier lang. Wir kundigen quasi gerade die Burg. Wir kämpfen gerade gar nicht. Ich brauche noch ein Schwer. Schwerty. Ist schwer zu finden bei so einem 64 Survival Games, ne? Aber ich möchte jetzt einfach mal gegen wen kämpfen, ne? Einfach mal gegen wen kämpfen. Ganz gemütlich. Nachdem ich mir diese Trüge geholt habe. Ja. Schön wär's. Oh. Kompass. Radar. Oh, dann geh ich einfach mal hoch, ne? Hab ja nichts anderes zu tun. Dabei fress ich mein Steak. Gemütlich. So. Watt ist das? Nichts. Jojo, Leute. Oh. Digga. Hier geht's. Ah, so, Mann. So ist das also. Hier geht's also hoch zu diesem Ding. Hm. Wusste ich noch gar nicht. Das ist ja lustig. Äh, scheiße. Wie komme ich jetzt wieder runter? Okay. Muss wohl hier die Treppe nehmen, ne? Die Lighthower. Da sind ganz viele Namen da drin. Folgendes sehr süß aus hier. Oh, ich komme, meine Leute. Ich würde dich alle töten. Von hinten. Ich mag's von hinten. Komm, bleib stehen. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. Nein! Mann, hey! Mann, hey, Leute. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich schäme mich. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Oh, Mann. Wisst ihr, der guckt gerade in sein Momentar, ne? Sortiert die Sachen aus. Ich bin gemütlich. Ich komme, ja, ne? Ich denke mir nichts Böses. Will den angreifen, ne? Töten. Und er... Also, ich habe ihm ungefähr vier Schläge gegeben, bevor er überhaupt einen eigenen Schlag an mich gemacht hat. Und trotzdem hat er mich getötet, ne? So ein Noob bin ich, ne? Ja. Wieso schaut ihr meine Videos überhaupt, ey? Ich bin noch so ein Noob. Na gut. Äh, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne auf Maggich klicken. Und ansonsten... Hm. Jo. Ne? Tschüss, Leute. Schön Dach noch.